Astrologie, Wahn oder Wahrheit? Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es zwischen den Planeten und der menschlichen Psyche keine Verbindung gibt. Dennoch, viele Menschen sind davon überzeugt, welchen Anspruch erhebt die moderne psychologische Astrologie und wie rechtfertigt sie sich gegenüber ihren Kritikern? Darüber diskutieren wir mit dem Astrologen Peter Freis, dem Psychologen Ivo Panozni sowie dem Astronomen Günther Buchtal. Es werde Licht! Ab 25. November auf Okto und einen Tag später in unserer Mediathek, ungeschnitten und in voller Länge.